Servus, grüß euch, willkommen zum Fußball-Kindergarten von der München Fußballschule. Ich bin der Markus. Ich bin der Suat. Hi. Suat hilft mir heute. Ich werde heute den ganzen Tag Trainer sein, den ganzen Tag in der Trainingsstunde und du bist quasi das trainierende Kind. Wir haben unser Material heute vorher schon ein bisschen zusammengerichtet. Du nimmst jetzt bitte auch kurz Zeit und suchst dir das alles zusammen. Und zwar gehen wir es mal durch. Wir brauchen unser Tor wie immer hinten, was du auch immer hernehmen willst. Wir brauchen eine Kiste, Wäschekorb, Karton, was auch immer. Das ist völlig wurscht. Ungefähr die Größe. Dann brauchen wir ein Glas, Becher, was auch immer und fünf Stifte. Wieder unsere Handtücher. Okay. Und zwei Klopapierrollen, Flaschen, was auch immer. Zwei Markierungen. Ich habe hier natürlich Trainerhändchen. Heute dreht sich alles um das Thema Baustelle. Okay. Vor der Baustelle, also bevor wir zum Bauen anfangen, brauchen wir erstmal Werkzeug. Okay. Dafür, für die erste Übung, Stifte und die Kiste. Den Rest können wir dabei weg tun. Okay. Die Kiste stellst du dir jetzt einfach an die Wand an die Wand. Und stellst du sie so auf, dass nach vorne offen ist. So. Die Stifte, habe ich hier jetzt auch in den Becher. Moment. Den Becher stellst du auf die Kiste drauf. Und die Stifte verteilst du jetzt in deinem ganzen Zimmer, Wohnzimmer, Raum, Garten, wo auch immer du das gerade machen willst. So. Ich mache es jetzt mal ganz kurz vor. Also. Unsere riesen Baustelle. Das Werkzeug ist leider noch komplett verteilt vom letzten Bau. Müssen wir jetzt einsammeln. Das heißt, auf Kommando Hopp. Dribbelst du zu einem Werkzeug hin. Zum Beispiel der Hammer. Okay. Schieß den Ball ins Tor. Werkzeug eins ist im Kasten. Okay. Schnapp dir einfach das nächste Werkzeug. So. Schieß den Ball ins Tor. In die Kiste. Und so weiter. Und so weiter. Ich mache jetzt nicht alle fünf. Das darf dann der Suhal machen. So. Wir machen es sofort auf Zeit. Heißt, versuch einfach schneller zu sein als der Suhal. Sammeln. Schießen. rein in den Kasten. Und du sagst Hopp. Ich sag Hopp. So. Zuhause bereit machen. Wenn du jetzt noch nicht ganz aufgebaut hast, drück einfach ganz kurz auf Pause. Und wenn alles steht, können wir starten. Wir starten jetzt gleich. Okay. Mach dich bereit. Zuhause auch. Du gegen den Suhal. dann sammeln. Wir sammeln schnell. Das Werkzeug. Drei. Zwei. Eins. Hopp. Und komm. Sehr gut. Oh. So alles richtig schnell unterwegs. Super. Eins noch. Der hinten liegt noch. Hammer. Wo ist der Hammer? Da. Perfekt. Gute Zeit. Wenn du es jetzt nicht ganz geschafft hast, ihn zu schlagen. Mach gar nichts. Probier es einfach nochmal. Er war richtig schnell. Ich bin mir sicher, nach zwei, dreimal probieren hast du ihn gepackt. Danke. Gut. Wir machen es ein bisschen schwerer. Das war ein bisschen auseinanderliegen. Wenn du sie jetzt alle so hinlegst, dann geht es zwar schnell, aber die Wege sind mir dann zu kurz. Ähm. Eins, vier. Ich bin es passt. Zack. Schnell mal dein ganz hinter. Auch wenn du es nicht. So. Und. Gut. Als nächstes ist so. Du darfst es dir wieder aussuchen, wie du möchtest. Ähm. Wo du anfängst. Okay. Du dribbelst hin. Schnappst das Werkzeug. Okay. Dribbelst in die Mitte des Raumes. Hältst den Ball an und versuchst ihn mit links reinzuschließen. Wenn es wie bei mir jetzt nicht geklappt hat, dann darfst du den Ball noch rein dribbeln. Okay. Das kostet natürlich Zeit, wenn man dich trifft. Wenn du gleich triffst, bist du schneller. Ansonsten bleibt alles gleich. Also Stufe 2, Level 2. Also immer zurück zur Mitte. Genau. In die Mitte des Raumes. Ich kann dir auch eine Markierung hinlegen. Schau. Ungefähr in die Mitte des Raumes. So. Und von hier werden mit einem schwachen Fuß geschossen. Wenn du links Fuß bist, schießt jetzt mit rechts zu Hause. Gut. Daheim wieder bereit machen. Wir machen es wieder auf Zeit. Wenn du noch kurz brauchst, dann drück auf Pause. Suhal ist schon bereit. Tempo darfst du beibehalten so. 3, 2, 1 und los. Zack. Nummer 1. Eine Zange. Zurück zur Mitte. Sehr gut. Gut. Mit dem schwachen Fuß. Ich hoffe, der linke ist dann schwarzer. Du weißt es? Nein. Nein, gar nicht. Den musst du noch mal einsammeln. Den musst du noch mal einsammeln. Oh Gott. Bisschen leichter schießen. Super. Jetzt auch. So bitte. Gut. Ich glaube ich jetzt verschießt er. Ich habe einmal verschießt er. Fertig. Sehr stark. Sehr stark. Der eine hat ein bisschen Zeit gekostet. Ja. Ich wusste nicht. Wenn du zu Hause zu fest schießt, dann fällt das Ding um. Also Vorsicht. Gut. Versuch wieder seine Zeit zu schlagen. Oder so nah wie möglich ranzukommen. Wenn du es nicht schaffst, auch nicht schlimm. Die etwas älteren, die schon länger Fußballspiel, die schlagen eben bestimmt. Gut. Wir machen Level 3. Dazu stellen wir die Piste auf. Okay. Wir können sammeln. So ist es dann leicht. Die Markierung brauchen wir nicht mehr. Weil du darfst es dir aussuchen. So. Ich verteile mal wieder. So. Hast du vorher einen vergessen? Nein. Doch. Nein. Du hast ihn vergessen. Echt. Echt. Doch. Egal welche Zeit du zu Hause hast, du hast immer gegen Sura gewonnen. Ist völlig wurscht. Ja. Schau mal. Der ist hier schön versteckt, damit ich ihn gar nicht mehr sehe. Ich werde dich nicht vergessen. Na ja. Jetzt weißt du es. Hier haben wir noch eine. Tja. Letzte Runde. Werkzeug wieder einsammeln. Ganz normal. Indriffeln. Zack. Du schnerbst dir den Stift. Du darfst dir die Position aussuchen. Okay. Du kannst dir jetzt sicherlich schon denken, was kommt. Fuß unterm Ball. Okay. Und hochziehen. Lupfen. Wenn der Ball drin ist, darfst du den Stift ablegen. Wenn er nicht drin ist, musst du es noch ein paar Mal probieren. Also Stufe 3 jetzt heute beim Aufwärmen ist richtig schwer. Die Älteren von euch haben bestimmt schon ein paar Mal gelupft. Im Training, im Fußball, im Kindergarten, wo auch immer. Wenn du es neu machst, ist gar nicht schlimm. Was ich gerade sehe, deine Schuhe sind ein bisschen höher. Vielleicht wird es für dich schwer auch. Okay. Ich zeige noch einmal den Lupfer in Zeitlupe. Fuß unterm Ball. Und jetzt ziehst du dein gesamtes Bein hoch. So finde ich es am leichtesten. Gut. So. Halt. Nicht, dass wir wieder einen vergessen. Werkzeug einsammeln. Mach dich bereit. Wie viel sind es denn jetzt? Es ist noch 5, oder? 5, ja. Nicht 4. 5. Danke. So. 3, 2, 1 und los. Nummer 1. Wo du willst, darfst du lupfen. Gut. Der erste ist drin. Nummer 2. Nummer 2. Jawohl. Jawohl. Der Suhal macht jetzt mit schwachen Fuß ab jetzt. Oho. Ja, ja, ja. Du bist nur ein bisschen äther. Komm, ich muss nur schwerer machen. Schwacher Fuß nochmal. Mach mal was. Oh Gott. Wenn du dreimal mit schwachen nicht gelaufen hast, dann bin ich den Starken. Oh, bravo. 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 Wo ist das Werkzeug? Ja, ja, ja. Dreimal schwach. Oh, das Werkzeug kommt schau hin. Super. Oh, da hast du noch einmal gesteckt. Nummer 5. Ja, ja, ja. Oh, das Werkzeug kommt schau hin. Oh, da hast du noch einmal gesteckt. Also, ich bin mir sicher, du hast deine Zeit geschlagen zu Hause. Wenn du es trotzdem nicht geschafft hast, gar nicht schlimm. Ich weiß, dass das Lupfen erst gelernt werden muss. Übe es einfach zwei, drei Mal. Wenn das Lupfen beherrscht wird, es kann nur besser werden. So weit. Mit links auch. Gut. Letzte Übung. Wir machen jetzt noch eine. Wir fangen gerade noch eine ein. Pass auf. Drei. Vier. Oh, das ist jetzt ein bisschen zu weit. So. Vier. Und fünf. Stell die Kiste wieder hier als Tor auf. Als Tor geöffnet. Wir schießen nämlich jetzt wieder. Die letzte Übung. Du gehst zu einem Werkzeug hin. Okay. Knappst es auf. Und schießt. Von da. Wo du es auch gekloppt hast. Wenn es umfällt, ist es jetzt nicht so schlimm. Du darfst. Das Treffen wird schwer genug. So. Zum Aufbau noch. Das Werkzeug darfst du jetzt natürlich nicht hier an die Seite von der Kiste hin. Von da zu treffen ist es ein bisschen schwer. Heißt eher so im hinteren Bereich des Raumes kannst du dein Werkzeug verteilen. Gut. Wir machen es so. Bereit halten. Wie immer, wenn du noch kurz zum Aufbau brauchst, drück auf Pause. Zuhause. Du bist bereit, oder? Ich gehe aus den Weg. Wir machen so. Sural gegen die Kinder zu Hause. Schwacher Fuß. Sural. Na oder? Doch, du bist egal. Ähm. Wir machen aber einen Fehlschuss mit den Schwachen Fuß. Dann darfst du umschwenken. Ihr zuhause nehmt den starken Fuß, klar. Muss ich dann wieder zurück oder? Ja, ja, du gehst wieder an die Stelle des Werkzeugs. Gut, drei, zwei, eins und ab geht's. Nummer eins, einmal mit dem schwarzen Fuß zuhören. Ihr zuhause mit dem Strahlen. Noch einen Versuch. Jetzt Dribbel rein. Nummer drei darfst du Dribbeln. Gut. Habe ich nicht dazu gesagt zuhause. Wenn dir ein zweiter Versuch auch nicht klappt, super, so halt. Dribbel das Ding rein. Du hast zwei Versuche Zeit. Beim dritten darfst du hindribbeln. Dann haben wir genug Zeit verloren. Nummer zwei, nochmal zurück. Starker Fußboden. Ja, passt schon. Das ist heute nicht so schlimm. Ich denke dir schnell einen Hammer. Oh, ne, da hinten noch. Wir haben noch einen. Schwarze Fußboden. Ja, ja. Sehr schön. Und das war richtig schön. Dann von der Letzte. Stark. Zwei Fehlschüsse nur, oder? Ja, zwei waren es. Ne, drei. Einfach. Ja, einmal hingedribbelt. Okay, versuch die Zeit nochmal zu schlagen. Ich habe es nicht so gut erklärt vorher, wie das mit den Fehlschüssen ist. Wenn du den ersten Verschießt, macht nichts. Dribbel zur selben Stelle nochmal zurück. Probier es nochmal. Wenn du den zweiten Verschießt, schnapp dir einfach den Ball und dribbel den Ball ins Tor. Das ist dann quasi Versuch drei. Sonst stehen wir ja ewig an einem Werkzeug. Das macht natürlich keinen Sinn. Aufwärmen beendet. Wir gehen schnell was trinken. Bauen ein bisschen um. Oder richten das Material zusammen. Jetzt geht es an den Häuserbau. Werkzeug haben wir. Jetzt geht es zum Hausbau. Gut. Stifte brauchen wir erstmal nicht mehr. Bis gleich. Wir gehen schnell was trinken. Und noch mal haben wir das Neu. Ach so, nicht toll. Aber patiently muss das 이야ktrum sein zu können. Nur noch müde wie und könnte. Mehr jetzt habe ich Luftwärte in der dritte Zeit, für Verwärten meiner Stand am Moment wenigstern. und mich immer wieder zurückkeieren können. Und hier geht's mir gerne. Es geht an den Hausbau, halte dir bitte fünf Handtücher bereit, also Händewaschhandtücher einfach wieder einschlagen wie immer, ich habe so Trainerreinmarker und die zwei Klopapierroben. So, jetzt gehen wir langsam an den Aufbau. Die Kiste brauchen wir jetzt vorerst nicht, beziehungsweise wir brauchen sie schon, weil du schießt auf die Kiste und nicht auf das große Tor. Das heißt, Tor raus, hier daheim könnt ihr ein großes Tor nehmen, was auch immer, Tisch, zwei Stühle. Wir schießen auf die Kiste, Rechts vom Tor baust du dir jetzt ein kleines Häuschen. So, ein wunderschönes Haus und zwei Klopapierroben. Waschstation, also Werkzeugwaschstation. So, ich mache es jetzt einmal vor, danke. Es geht ganz simpel los. Die Mauern stehen ja schon, jetzt müssen wir sie noch fest zementieren, dass halt nichts mehr rutscht und so weiter, dass alles total fest ist. Weißeln, zementieren und so weiter. So, das heißt, wir fangen unten wieder an, am Haus. Hoppala, ich muss erst ins Haus reingehen. So, wir springen unten aus dem Haus raus. Zack, 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 zack. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt springe ich gegen jemanden. Für dich zu Hause auch. Auf Abstand zur Wand halten, äh, achten, sonst springst du da dagegen. So, wo war ich jetzt? Rechte Wand, gell? Rechte Wand, zack, zurück. Was fehlt noch? Das Dach, pam, zurück. Zweites Dach, zurück. Ball plumpsen lassen. Drücken, wie du willst. Waschstation, Werkzeug waschen. Du ziehst den Ball jetzt mit dem linken Fuß. Lässt ihn nicht rollen, sondern stoppst ihn mit dem rechten, oder hältst ihn wieder auf mit dem rechten Fuß. Jetzt schau mal her. Mit dem linken Fuß zum rechten. Schau mal her. Mit dem rechten. Noch mal rollen. Und sofort rüber schießen. Ich mache es noch mal vor in Zeitgruppe. Also, Waschstation, linker Fuß auf den Ball. Mit dem linken Fuß zum rechten Fuß rollen. Rechter Fuß auf den Ball. Halte ruhig dann kurz zwischendrin an, okay? Rechter Fuß sitzt auf den Ball. Jetzt musst du nur noch einmal rollen. Und sofort danach mit dem rechten Fuß schießen. Bitte alle mit dem rechten Fuß. Egal ob es denn schwacher oder starker ist. Den Bounce dann auf der anderen Seite auch auf, dass wir beide Füße üben. Gut. So. Rein ins Haus. Wir müssen es noch zementieren. Also speiseln, was auch immer. Rein. Rein. Wir machen jetzt erstmal eine Proberunde oder zwei Proberunden, bis das beherrscht. Einmal. Genau. Haar und Füße zusammen. Links. Ein. Rechts. Rein. Und noch das Dach. Das. Eins. Rein. Zwei. Jawohl. Annehmen, oder? Erst plumpsen lassen. Ist nicht wichtig. Wie du willst. Einfach plumpsen lassen den Ball. Draufdrücken. Sehr schön. So. Zur Waschstation. Linker Fuß. Erster Linke. Jetzt roll ihn zum rechten hin. Mit dem rechten kurz anhalten. Genau. Rollen lassen. Und schießen. Super. Vielleicht nochmal. Noch rein. Und andersrum gesagt. Und das Dach noch. Sehr schön. Bring raus. Wunderbar. Warstation. Einmal ziehen. Zweimal ziehen. Und bumm. Wir machen noch zwei. Jetzt kannst du schon ein bisschen schneller werden. Rein ins Haus. Und ohne Pause. Okay. Zack. Zack. Jawohl. Super. Drücken. Einmal ziehen. Zweimal ziehen. Ein bisschen rollen lassen. Sehr gut. Letzter. Jawohl. Alles zementiert. Einmal ziehen. Zweimal ziehen. Einmal ziehen. Pappen. Gut. Machen wir einen Wettkampf. Pass auf. Wer zuerst drei Treffer hat. Wenn du nicht triffst. Einmal ziehen. Zweimal ziehen. Dann musst du auch das Haus nochmal neu zementieren. Heißt, bis du drei Treffer hast. Du zu Hause hast natürlich ein größeres Tor. Das dürfte kein Problem sein. Drei Versuche. Drei Treffer. Beim Suha. Der muss erstmal alle drei ins kleine Tor. In sein kleines Tor treffen. Gut. Drei Treffer. Wer hat zuerst drei Treffer? Das ist der Zeit. Jetzt ist drücker Pause. Wie immer. Wir sind schon bereit, oder? Ja. Gut. Dann Suha gegen euch zu Hause. Nächster Wettkampf. Und los. Sehr schön. Füße zusammen lassen. Wie im Hoppelhase. Drücken. Einmal ziehen. Zweimal ziehen. Einmal ziehen. Gleich getroffen. Stark. Stark. Zweimal ziehen. Zweimal ziehen. Rollen. Einmal ziehen. Einmal ziehen. Einmal ziehen. Einmal ziehen. Er ist weit außen. Er ist weit außen. Er verbaut. Oh Gott. Mindestens fünf Versuche. Du bist sehr schnell unterwegs. Jetzt musst du nur noch helfen. Machst du es richtig? Gut. Zweimal ziehen. So schön. Jawohl. Fünf hast du gebraucht, oder? Ja. Easy. Easy schaffst du das zu Hause. Gut. Für die nächste Übung bauen wir das Haus jetzt auf die andere Seite. Suche das darfst du kurz machen. Ja, links vom Tor. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob man es gut sieht, vielleicht gehen wir noch ein bisschen. Komm, ich muss das Tor auch hier rüber, das ist ja wurscht, machen wir so. Dann machen wir eine super Sicht. Ja, so. Wunderbar. Gut. So, wir ändern die Sprünge ein bisschen. Pass auf. Den Boden müssen wir jetzt richtig fest machen. Also wir machen jetzt noch ein paar Fliesen rein, die müssen richtig fest sein. Das heißt, wir springen mit beiden Füßen, tauschen aber in der Luft die Füße so, dass einer vorne und einer hinter dem Boden ist. Okay? Also du springst hoch. Zack. Und jetzt tauschen nochmal. Okay. Beide wieder in die Mitte. Einwand springen. Lass dir Zeit zu Hause. Das geht jetzt wirklich noch nicht auf Geschwindigkeit. Linke Wand zurück. Wechsel. Rechte Wand zurück. Achte darauf, dass du auch auf einem Fuß Land bist. Okay? Endlich jetzt. Zack. Und auf beide. Ja. Sondern. Passt. Passt. So. Beim letzten. Noch dreimal. Dach zurück. Dach zurück. Dach zurück. Dach zurück. Ich helfe dir dann und sage es dir auch nochmal vor. So. Das bleibt gleich. Du darfst auch deinen starken Fuß nehmen zum Drücken. Okay? Drücken. Starker Fuß. Wir dribbeln rein. Jetzt bitte alle auch zu Hause. Selbst wenn du Linksfuß bist, Rechtsfuß bist. Völlig wurscht. Erst mit dem rechten Fuß. Waschen. Das Werkzeug. Zu dem linken Fuß. Rollen lassen. Und mit dem linken Fuß. Das Tor. Bist du Linksfuß? Ne. Können wir aber beide beide gleich kommen. Gut. Wir machen es ganz langsam. Ja? Wir haben noch keinen Zeitdruck. Sauberkeit vor Schnelligkeit. Also Probe durchfahren. Okay. Spring einfach mal hoch. Und ein Fuß ist hinterm Boden. Ein Fuß ist vorm Boden. Jawoll. Und jetzt einmal wechseln. So ist gut. In der Mitte wieder. Und jetzt die Einbandsprünge. Zack. Zurück. Ruhig. Zack. Zurück. Jawoll. Und dreimal. Eins. Zwei. Drei. Fertig. Drücken. Super. Rechter Fuß. Zuerst ziehen. Einmal ziehen. Zweimal ziehen. Ja. Rollen lassen. Und. Gut. Ins Haus jetzt mal rein. Jetzt ist es schwierig. Ja. Einer vorne, einer hinten. Zack. Jawoll. Und noch drei schnelle. Diege schön. Drei. Und. Jetzt mal wieder zurück ins Haus springen. Du machst es genau richtig. Rechts, links und links hoch. Gut. Machen wir noch einen. Also. Hoch springen. Also. Auch noch anders rein. Genau. Einmal in Luft wechseln. Sehr schön. Du landest auch auf einem Bein im Haus. Da drauf achten. Genau richtig machst du das. Jawoll. Gut. Ich finde du bist bereit für den Wettkampf. Wenn du jetzt dir noch nicht ganz sicher bist beim Wettkampf. Wenn du noch überlegen musst oder die Eiweitsprünge sind noch zu schwer. Dann. Probier es noch ein paar mal vielleicht ohne Wettkampf. Das ist jetzt. Ja. Stufe schwerer. Ja. Wenn du dir sicher bist, dann tritt gegen den Suhal an. Wir machen wieder drei Tore. Okay. Bei Filture Sphere. Ja. Drei Tore. Du hast das große Tor zu Hause. Du hast das kleine. Die kleine Kiste. Gut. Bereit machen. Und. Hopp. Wechseln. Auf einem Bein landen auch. Wechseln. Auf einem Bein landen auch. Beine schnelle. Sehr schön. Drücken. Trockig. Trockig. Richtig schnell. Das schaut gut aus. Drücken. Trockig. Ja. Vorsicht du. Ne. Waschbecken. Rechts abwaschen. Und rein. Er hat schon zwei. Ohne Fehlschuss. Ohne Fehlschuss. Schön. Drücken. Einmal ziehen. Zweimal ziehen. Zweimal ziehen. Sehr schön. Ohne Fehlschuss diesmal. Mit einem schwachen Fuß. Mit einem schwachen Fuß. Erste Runde war, glaube ich, ein bisschen leichter gegen ihn zu gewinnen. Jetzt war es richtig hart. Weil er alle drei getroffen hat. Mit einem schwachen Fuß. Respekt. Wenn du es nicht geschafft hast, einfach zu Hause nochmal probieren. Macht gar nichts. Irgendwann schlägst du seine Zeit. So schnell war es nicht. Ne. Ne. Es ist ein Glück gehabt. So schnell war es gar nicht. Ich könnte es eigentlich schneller, aber ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich glaube es nicht. Leider. Ein bisschen weh da. Gut. Das war es mit dem Haus. Kurz und knackig. Die nächste Übung dauert ein bisschen länger. Es kommt Technik danach. Wir brauchen neues Material. Okay. Das Haus ist gebaut. Wir wollen jetzt aber das nächste Haus bauen. Das heißt, wir brauchen neue Dachziegel. Halte einfach die fünf Handtücher oder Leinmarker, was du auch immer benutzt, bereit. Und alles Weitere nach der Pause. Gut. Gehen wir schnell was trinken. So halt. Bis gleich. 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 zwei Meter Abstand. Die Nummer zwei. Die zwei Klopapierrollen bzw. Markierungen stellst du jetzt direkt neben den letzten Ziegelsteiner. Ich mache es wieder vor dem Zeitpunkt. Ziegelsteine sammeln. Ball kurz vor dem Handtuch liegen. Mach es vor dem Handtuch, ob der hinten runterrutscht, weil es uneben ist. Also mach es ganz knapp vor dem Handtuch. Nimm deinen großen Zeh. Mit dem großen Zeh fängst du unten am Ball an. Ungefähr hier. So kannst du es sehen. Unten am Ball anfangen. Und kommst immer weiter hoch. Also fängst unten an. Rollst, 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 bis du oben drauf bist. Ziehst den Ball einfach vorbei. Wir gehen nach vorne. Wieder kurz vor das Handtuch. Lass dir Zeit. Das ist wirklich nur Sauberkeit. Das ist wichtig. Keine Schnelligkeit. Unten wieder am Ball. Hier ungefähr an dem Punkt. Unten rechts neben dem Ball ansetzen. Rollen, rollen, rollen drauf. Ziehen zum nächsten. Das war Käse. Die ist im Weg. So rechts auch. Eine Markierung. Unten ansetzen. Rollen, 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 rollen drauf, wenn du am Ende des Ziegelsteins bist. Auch mal. Rollen, rollen, rollen. Ende des Ziegelsteins. Oben drauf. Ziehen. Nehmen die rote Markierung. Jetzt musst du einen, ja, den Fuß tauschen, weil wir mit dem linken Fuß ziehen. Du ziehst mit dem linken wieder. Ziehst mit dem rechten hier aus dem ganzen Tor raus. Und schießt mit rechts. Oh, du hast fast ein bisschen fest. Ein bisschen zu fest, ja. Ich mache das auch einmal schnell vor. Dann darfst du es tun. Das war jetzt doch so ein bisschen gedauert. Also unten ansetzen und zack, zack, zack. Zum nächsten vor. Anhalten. Ansetzen. Oben drauf. Zack, zack. Letzter. Unten, 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 unten. Oben. Pam, pam. Fuß tauschen. Links ziehen. Rechts ziehen. Rollen lassen. Und pam. Gut. Oberdurchgang? Ja, ja. Wie immer. Drei Stück. Gut. Versuch es einfach mal unten ansetzen, neben dem Ball, rechts und dem Ball. Ansetzen. Und drauf. Genau. Wenn du am Ende des Ziegelsteins angekommen bist, rum drauf. Ja, du fängst sogar vor dem Ziegelstein an. Alles okay. Tauschen. Ja, linker Fuß, rechter Fuß. Rollen lassen. Und Schuss. Der Trick ist gleich geblieben. Zedan-Rolle heißt der Trick. Zweimal ziehen. Erst mit dem linken, dann mit dem richten. Nach oben. Jawohl. Das ist wie eine Ballwanderung. Du wandelst den Ball von unten nach oben. Ich bergwander und so eine Ballwanderung. Ja, Herbert. Fuß tauschen. Links ziehen, rechts ziehen. Komm. Nummer zwei. Wir machen vier Wiederholungen. Ja. Vor dem Handtuch. Rollen, 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 rollen. Bis du oben bist. Ja. Ziehen. Und zum nächsten. Sehr schön. Rollen, rollen, rollen. Ja. Vorsicht. Ganz unten am Ball ansetzen. Immer höher werden. Höher werden. Und drauf. Ja. Musst tauschen. Links ziehen. Rechts ziehen. Einmal noch. Letzte Proberunde. Ja. Sehr schön. Gut. Gut. Aber fast weg. Ja, fast weg. Gerade mit der Fußspitze aufgehört. Gut. Was? Würde ich sagen, mach mal einen Wettkampf. Ich glaube, du verschießt jetzt wieder. Ja, ich glaube. Das kann sein. Das kann sein. Nein. Schließ das nicht aus. Was machen wir denn? Drei Treffer. Drei Treffer. Drei Treffer. Drück auf Pause. Sammle dich kurz. Ist schwer genug. Wenn du dir noch nicht sicher bist mit dem Trick, probier es noch zwei, drei Mal. Wenn du meinst, jetzt bin ich bereit, Suhal zu schlagen, dann Feuer frei. Ansonsten rausdrücken und noch zwei, drei Mal durchgehen. Du bist bereit. Du hast es sauber gemacht. Drei, zwei, eins. Kinder gegen Suhal. Und los. Sehr schön. Roll, roll, roll. Bleib am Halter. Bleib am Ball. Unten, unten, unten. Ja. Zweimal zehn. Einmal zehn. Zweimal zehn. Nummer eins. Nummer eins sitzt. Drei Treffer brauchst du. Drei Treffer. Ja. Sehr schön. Rollen lassen. Drei Mal mit. Ja. Wir müssen es wieder spiegelverkehrt aufbauen. Heißt genau auf der anderen Seite. Hilf mir schnell. Ja. Wir gehen. Vielleicht tun wir das Tor wieder ein bisschen rüber, Suhal. So. So viel Platz haben wir nämlich nicht. Noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen. Ja. So. Ja. Wir dürfen ruhig weiter in den Raum. So. Bisschen rüber. Passt du? Ja. Wunderbar. Gut. Passt für den linken Fuß auch. Sind wir ein bisschen näher dran. Ja. Ja. Ein Stückchen noch. Ja. 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 So ist gut. Okay. Ich mach's jetzt gleich mal in schnell. So. Jetzt geht links vom Ziegelstein los. Jetzt kannst du's bestimmt gut sehen in der Kamera. Unten am Ball anfangen. Wir wandern, 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 wandern. Hoch. Okay. Und ziehen vorbei. Sehr. Wieder laske. Halt den Ball ruhig an, wenn's sein muss. Unten ansetzen. Hoch. Und zum letzten einmal noch. Ball anhalten. Zack. Zack. Was muss ich machen? Weißt du's? Füße wechseln. Füße wechseln. Rechts ziehen. Links ziehen. Rollen lassen. Und rein. Gut. Drei Probe Runden wieder. So sauber wie möglich. Lass dir Zeit. Unten ansetzen. Einen schwachen Fuß jetzt schon ein bisschen schwer. Ja. Besonders mein linker. Wo bist du? Du. Da ist nicht mal mehr Kamera drin. Wechseln. Rollen lassen. So halt. Hier. Hier. Das habe ich gemacht. Ja. Geh rechts ruhig. Ein bisschen mehr in die Knie. Ja. So ist besser. Flack, flack. Schön. Rollen, rollen, rollen drauf. Ja. Einmal noch. Rollen, rollen, rollen. Drauf. Rein da. Wechseln. Rechts ziehen. Links ziehen. Arm mit links. Schön. Wenn du dich sicher fühlst, darfst du ein bisschen schneller werden. Ja. Okay. Rechte Fuß. Einmal ziehen. Zwei mal ziehen. Super. Noch eins. Komm, noch einen. Einen noch. Hup. Ganz kurz mal stopp. Jetzt halt dich doch mal an. Ja. Du darfst jetzt wirklich versuchen auch den Ball dir nach vorne zu spielen mit links. Wenn du gut bist, bis zum letzten Ziegelstein berührt der rechte Ball überhaupt nicht. Schau hin. Zack. Obendrauf. Hand. Und vorspielen. Okay. Brauchst du eigentlich den rechten gar nicht. Das ist so kurz, dass du dich noch mal schieben musst. Machst du noch mal die Proberunde von vorne bitte? Jetzt nimm mal nur den linken Fuß hier. Das ist gut. Und vorspielen. Jawohl. Anhalten. So ist gut. Schön. Ja. Fuss wechselt. Super. Das ist auch gut. So ist besser. Wie das mit der rechten Schiene. Gut. Reicht mir. Wir machen die letzte Runde. Vier Treffer. Vier. Ja. Vier Treffer. Vier. Halt dich zuhause bereit. Das kann nicht aushören. Ja. Das ist mein schwachen Fuß. Ich finde ihn gar nicht so schwach wie du sagst. Wunderbar. Wunderbar. Gut. Gegen die Kinder zuhause hast du keine Chance. Ja. Du hast es auch nie gelernt. Ich war leider nicht. Keine Chance. Ihr könnt es schon im frühen Halter lernen den schwachen Fuß zu benutzen. Ziehen. Ziehen. Drei. Zwei. Zwei. Und los. Gut. Der Schritt ohne den rechten zu benutzen gleich. Einmal noch. Fuß wechseln. Ziehen. 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 Rein damit. Triff eins hast du. Links aufhanden. Ziehen. Zwei hast du. Hingewusst. Ja. Und ein bisschen zurück. Sehr gut. Dritter Ziegelstein. Jawohl. Nummer drei. Einen brauchst du noch. Einen brauchst du noch. Ich hoffe, du verschießt. Setz dich unter Druck. Ich hoffe, du verschießt einmal. Der war aber weit vorbei. Das gibt es ja gar nicht. Was ist alles da passiert? Kurz sammeln. Mach nichts. Einen Fehlschuss ist völlig okay. Ich bin schwach und groß. Jetzt bin ich groß. Geh mal näher an den Ziegelstein. Ziehen, Vorspringen. Jetzt bist du richtig dran. Passt. Einmal ziehen, zweimal ziehen. Ja, kann doch passieren so etwas. Ja, mit links. Gut. Vier Treffer gesammelt. Wenn du deine vier Treffer schneller als Suha gesammelt hast, umso besser. Wenn es noch nicht geklappt hat, einfach noch mal probieren. Gut. Das war es schon wieder für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Nächste Woche. Vielleicht kommt ein Kollege, man weiß es nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Vorweihnachtszeit. Ich höre ich auch natürlich. Schön, dass ihr das Volk noch habt. Entschuldigung. Danke fürs Mitmachen und bis bald. Ciao, ciao. Aufräumen nicht vergessen. Immer aufräumen. So, bye, bye.